Guten Tag, das Ticket, bitteschön. Ciao. Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Och nö. Ciao, ich hoffe, ich bin hier recht cool. Hallo, fahren Sie in cool? Moin, Sie wollen bestimmt mein Tick... Oh, ich hab wohl... Ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Ich hab wohl meinen Bus verpasst. Salut, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Cool. Grüezi, ist das gültig? Vielen Dank. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ich glaube, Sie fahren doch nicht in meine Richtung. Hallo, hier, mein Ticket. Jetzt wär ich fast in den falschen Bus eingestiegen. Hm? Ich nehm dann den nächsten Bus. Ja, ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Überpünktlich! Das ist ja kaum zu glauben!